die lebenselex hier sind die lebenselex hier sind mega mies, dass ich die verloren habe, aber ich habe auch nie nicht gedacht von daher ein kuchengericht, ich habe immer noch keine küche, wie hat opa eigentlich, war es opa oder was onkel, wie hat der eigentlich hier gelebt, wie hat der eigentlich gelebt ohne küche immer noch minus 700 so ein mist das ist nicht tot, ich mache es nicht hart jetzt sind wir äh, mais und melone ok plan ist ich werde jetzt meine spitzhacke abgeben spitzhacke abgeben und dann gehen wir nochmal in die mine rein wir haben 15 wir haben 15 kleine bomben dabei ja, es funktioniert man boah, das war so unnötig, dass ich da gestorben bin so so heller unnötig so richtig derbs unnötig und das nur, weil ich einmal gefettfingert habe ja, gut nicht nur, weil ich gefettfingert habe sondern vor allem auch, weil ich diese dämlichen, ähm, jo macht der ein gebrühen kaputt weil ich auch dieses, diese dämlichen, ähm äh, äh, sagt mal schnell die dämlichen ähm ach Gott verdammt nochmal äh äh aaaaaaah köln, warte wie dämliche Elixiere vergessen habe so heißt es mein Gott mal rein ich einfach an den Elixieren wieder wäre gar nichts passiert das ist ja nicht mein, ein Elixier das ist ja nicht mein, ein Elixier das ist ja nicht mein Elixier das habe ich anscheinend keinen, okay äh ah, Crafting gibt's gar nicht in der Form das ist Hofarbeit, ne das ist Hofarbeit oder Sammeln dass ich Kampfer aber noch unter 5 bin, wundert mich ein bisschen der ist wundert mich so, machst du mir jetzt bitte endlich meine Geogen auf, ja das kann doch nicht wahr sein, ey wir gehen mal alles nur um 9 Uhr auf vielleicht darf ich da jetzt eigentlich die schon aufladen oder so? ja genau, okay Feuerquartz, bitte Feuerquartz, bitte Feuerquartz ich glaube, dass alles, was ich gerade gekriegt habe, ziemlich gut ist tatsächlich aber Feuerquartz Feuerquartz ich glaube, würde ich das alles hier spenden äh spenden, spenden, spenden alles nice ich brauche Feuerquartz das würde mir so viel helfen äh, wo brauche ich dich hin rot und ah, das passt hier besser hin ach so wunderbar, was hast du hier uns schillerner stein und gemälde schillerner stein und gemälde ja, alles eher so semi ja, guck mal was ich mit der Muschel anfangen kann und leer finden und mehr finden das inventar ist aber um leer anscheinend nicht hier zu sein um 10.10 Uhr. Wann sind die da? Freitag, Donnerstag? Die finde ich jetzt auf jeden Fall nice. Aber guck mal, das habe ich gar nicht. Das macht es halt wirklich schon besser. Das einzige, was ein bisschen blöd ist, dass sie das nur so kann. Alter, wann das der Wunder ist da, ne? Aber das ist trotzdem mega nice. Das ist so ein Vorteil für mich jetzt. Nur, ich habe halt nicht so besonders gut gebaut dafür. Aber... 2,500 Euro, ne, Freunde. 2,500 Euro, oder gold? ja ok man kann es einfach ordentlich machen jimmy alle überlegen ob wir ein neues schwert und aber eigentlich ist der hammer gar nicht so schlecht zum vergleich ich werde mal hier lassen jetzt haben wir natürlich nur jetzt in der mine ein paar probleme mit kaputt machen ich hoffe dass es sich aber damit funktioniert ich bin sogar überlegen ob wir immer 80 81 vielleicht noch heraus 80 81 raus 80 81 raus wo ist emilie wobei emilie ist am arbeiten du bist nicht leer oder du bist penny penny ist nicht meins handy es könnte so eine schöne geschichte werden aber sie ist zu anspruchsvoll dafür dass sie nichts hat sie ist nicht demütig genug also leer und emily das abigail abigail interessiert mich ein neues schwert ich glaube als nächstes sollen wir dann erstmal abgrillen und so eine lee dass das ist mega nice ich habe die nicht gesehen das ist eine freiheit die kriege voll ab die reichweite von dem ding ist nicht so wie ich denke dass sie ist ich werde jetzt nicht noch mal sterben erinnern gott noch eins ich muss auf jeden fall irgendwie ein anderes schwert oder so irgendwas was blauen kann zur not das ding jetzt gerade zweimal gesprungen ich habe ja das ist jetzt blöd gelaufen aber egal nein die geoten können wir nicht aufmachen weil ja nur gearbeitet wird wenn wenn finde ich aber eigentlich auch mega süß tatsächlich schon immer seitdem ich zahriu kenne spiele oder aber sie ist halt verheiratete kinder und so weiter und so fort wie sie mir auch einfach gar nicht wundert dass hier so geister herum werden wie er mit der welt voll abgeschlossen hatte dafür sind die loren fertig hier sind unimos hüter des waldes das ist wer weiß du denn was in der hand haben Bild. 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 Hier war der normale Pilz. Ich wusste es doch. Bild. 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 Was machst du? Warum verfolgt der mich? So, Lea haben wir immer noch nicht gesehen heute, ne? Gehen wir eigentlich mal nach Emily. Was kann man denn Emily schenken? Miljade und so bestimmt, oder? Äh, wir haben noch genug Zeit, wir gehen jetzt erstmal kurz nach Hause, ja, wir gehen jetzt erstmal kurz nach Hause, und ist da im Tal leer, dann überlegen wir mal, was wir mitnehmen können für Lea und Emily. Da war noch Schleim. Die Geon nehme ich mit, die kommen hier rein, äh, apropos Pilze. Jetzt sind wir hier. Morche, den könnten wir abgeben, aber den brauche ich glaube ich auch, um die Lebenselixiere zu craften, oder? Das sind Blaubeeren, die ich übersehen hab. So, können wir was herstellen? Ein Elixier. Besser als nicht. Lea darf man einen schenken, wenn wir sie überhaupt noch sehen. Dann nehmen wir noch Quartz mit für Emily. Weiß nicht so ganz, was die haben möchte. Wollen wir mal nachgucken. Fangen Glühmchen? Ich will mich dann endlich auch fangen später. Die kann man aber schon irgendwie fangen, oder? Emily Lea. Ich habe das Gefühl, wir werden Lea nicht mehr finden. It is what it is. 22 Uhr, wir werden auch Emily nicht mehr finden, ist das Gefühl. Na, ich habe, achso, habe ich schon, okay. Da ist Emily. Emily ist noch da, Lea ist hier nun nicht. Danke dir, ich fühle ein bisschen positive Energie in diesem Geschenk. Emily ist beim Essen sehr wehlerisch. Für sie zu kochen ist echt schwierig. Okay. Ich habe eine Katze, die ist auch sehr wehlerisch. Nein, da ist doch was. Okay. Geht das damit? Okay. So, habe Emily ein Geschenk gegeben, Lea. Ich habe den Tagesablauf von Lea noch nicht. drinnen. Also, ich muss doch immer, ich darf doch immer nicht vergessen, hier der, der Dame mit den Tieren ein Geschenk zu geben, damit wir an die Shorts von Louis kommen. Das vergesse ich auch immer wieder. Ja, ich weiß, dass es spät wird. Ich werde schon auf dem Weg nach Hause. Ich werde immer noch nicht drinnen, das ist immer noch blöd. Darauf habe ich gewartet. Die Qualitätsspringer können wir jetzt herstellen. Hartholz-Zone Käsepresse. Ja, okay, okay. Dafür brauchen wir Milch. Aber der Springer ist nice. Damit können wir so langsam... Ja, jetzt haben wir so gerade 500 plus gemacht, seitdem wir die 1,5 verloren haben. Schwierig. Das heißt, 8 Goldbarren an die Kommt gerade nicht. Das heißt, 8 Goldbarren an die Kommt gerade nicht. Eisenbarren haben wir, verfeinertes Quad haben wir noch nicht. Okay, erstmal die Goldbarren, die sind wichtiger und brauchen länger. Dann hätten wir hier 6 Goldbarren. Ja, das ist gar nicht so ganz schlecht. Schöner geht immer, aber ist jetzt auch nicht das schlechteste. Aquamarine? Das konnte ich auch abgeben, oder nicht? Ist das nicht für Emily am Bulletin Board? Ja, da Aquamarine. Ich schenk mir einfach mal ja da. Oder? Topaz? Topaz? Ah, Topaz. Das ist okay. Das ist okay. Okay, da sind wir noch und die Blaubeeren fertig sind. Blaubeeren, das gibt auch noch schönes Geld. Topfen? Kann ich euch? Ne, okay. Dafür bräuchte ich... Ja, ist egal. das kümmere mich später nein das will ich nicht wobei ich überlegen bin ob ich die überhaupt brauche gerade die springer das läuft hier ja ich glaube ich brauche die springer noch nicht unbedingt dafür haben wir auch noch ein bisschen wenig bisschen wenig gegenstände materialien so mein gott was ist mein deutsch was nicht vorhanden das wollte ich wieder nicht aber nur dass wir die fünf mais gold sterne und die melonen die melonen sind wichtiger als mais weil so wie ich das verstehe können wir meist auch noch später anpflanzen aber die melonen noch fertig kriegen die fünf sterben das wäre wirklich nice ich habe jetzt nicht darauf geachtet war jetzt die spitzackel fertig ne ne die sind glaube ich noch nicht fertig brauchen wir nicht die kommen komplett verkaufen golden hoffen und so verkaufen wir auch das noch blau bär warte mal sie mochte blau bären ne aber machen wir mal so das aquamarine kommt da rein topas für sie ich habe jetzt gerade glaube ich nichts dabei für leer aber wobei energie ja doch ein bisschen weniger energie verborgen bisschen weniger in lea in lea es ist in lea stars ablauf ist lässt trimmer ok um zehn uhr äh, um 12 Uhr okay äh, wir brauchten noch 300 Kohle, äh, Holz ich geh aber jetzt mal erst gucken ja, aber die ist noch nicht fertig, ne ich glaub, ich hab das, äh, ich hab das nicht nicht verpasst, sondern ich glaube, das ist noch nicht fertig mit dem mit dem, äh mit der Spitzerkrankung äh, das ist Hayley, das ist nicht leer ich hab nur ganz große Haare gesehen halt, das ist wohl noch nicht fertig äh, Busseilestelle äh, Busseilestelle so, das Aquamarine hätte ich abgeben können, da hab ich jetzt nicht drüber nachgedacht die ganze Zeit äh, ich hab aber jetzt ein Geschenk äh, äh, Emily das Aquamarine muss abgegeben werden und ich hab ein Geschenk für Lea ich weiß natürlich nur nicht, ob sie das mag aber da sie so natürlich und etc. pp das sollte eigentlich ja hier Gewürzbeeren sollen ja funktionieren hoff ich oder auch nicht, wenn ich so da reingucke guck mal äh, haben wir äh, ich hab jetzt schon wieder nicht aufgepasst das war dann wieder das letzte Mal die, ähm die Dings abgegeben das ist ein wirklich nähtes Geschenk danke dir ja, bitte Lea für den Klang des Mäßigen wunderschön, nicht? ja ähm wir haben das ist ja jetzt gerade mit meinem Deutschloch so mit meinem Wortfindung ich weiß gerade nicht, was ich da wurde ah, es ist auch egal ist auch egal so, das Aquamarine muss jetzt nach Emily also in das Bulletin Board äh, in das schwarze Brett bei Emily holen wir da nochmal in die Mine rein verdammt gute Frage ja, warum warum eigentlich nicht wir gehen nochmal in die Mine rein aber wir können auch Holz fällen gehen ja, wir gucken mal wir gucken mal wir brauchen immer noch ein Feuerquart für das Museum aber wir gucken einfach mal wir haben noch neun neun wunderbare Kirschbomben ja das sollte eigentlich funktionieren das ist kein warum warum kriege ich jetzt kein Feuer warum doppeltreppe nice oh, das war knapp oder hab ich sogar noch gekriegt ne, hab ich nicht glaub ich da überhaupt lang sieht da noch aus was bist du denn hab ich die mal gesehen haben wir die schon aber wirklich schon angekriegt ein klein Gnom oder was auch immer ja gut, das war's wir kommen nicht auf 85 aber ich hab noch das wäre jetzt sehr lucky warum ist ja eigentlich nur normales quatsch wollen mich eigentlich alle verarschen hoffen wir aber ein Sonnenerz hoffen wir aber ein Sonnenerz okay das war's nice eigentlich ist es vollkommen egal ich bin gerade überlegen ob ich die Kirschbomben hier reinhau' einfach hoffe aber ich komme ja bei 85 nicht runter also wie der fliegt mich durch leut ich komme halt jetzt nicht weiter oder? ne eine keine keine Kohle gekriegt schade er hätte ja funktionieren können dann wären wir zumindest ja gut aber der wäre ja auch 84 gewesen wenn er noch nie weitergekommen also oh hier war noch eine Emelie-Runde statt Emelie und dann ist der Dach vorbei und dann ist die Folge vorbei wir sind noch ein bisschen drüber das ist aber relativ ähm geben wir Emelie den hier oder? ja geben wir ihr das dieses Geschenk ist fabelhaft vielen Dank ja bitte äh äh was ich fühle mich heute faul ja verstehe ich okay gucken wir mal kurz rein Emelie haben wir fertig ja Penny mag uns nicht Lea wir können Lea noch was geben aber äh können wir ja heute noch was geben? kann ich hier eine Blaubeere geben? oder möchte sie wirklich nur Sachen die warte mal äh warte mal wo bin ich? wo ist der Strand? ist sie noch am Strand? ah ok ich kann hier das ist die Wochenanzeige nicht die Tagesanzeige ja ok ok das haben wir schon das haben wir schon kann ich dir noch was geben? und lässt mich endlich in dein Zimmer nee das hat Marni nicht gewollt das hat Marni nicht gewollt ja wir können auch ein bisschen was fischen wenn ich nicht hängenbleiben will das ist ja ok wow 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 keine Chance das geht zu langsam hoch und zu schnell runter nein nicht mit der Angel da habe ich keine Chance na komm na komm Fischi 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 na komm Fischi Fischi fischen soll auch nicht ist auch nicht drin äh ich bin ich bin minimal zufrieden wenn 5 zufrieden ist und 10 wirklich mega glücklich was man alles geschafft hat würde ich sagen würde ich bei einer 7 6,5 7 weil es könnte es hätte besser sein können und es wäre so eine 8 oder so wenn ich nicht gestorben wäre aber durch das Sterben ja durch das Sterben kann ich es halt eigentlich nicht wertvoller einschätzen als es ist also weil wir haben schon auch ziemlich auf die Nase gekriegt das hat uns 1400 Kohle gekostet ähm ja das äh das muss ich mit in Betracht ziehen dass ich da gestorben bin und ich muss auch sagen dass ab Stufe 80 jetzt es wirklich angezogen hat was den Schaden den wir kriegen äh angeht und den Schaden den die Monster aushalten deswegen würde ich sagen ist es ja so eine 7 wobei auch für jetzt 2 Stunden hätte es wahrscheinlich auch besser sein können aber ich danke euch trotzdem fürs Zuschauen denn das war es jetzt für mich ich wünsche euch einen wunderschönen Tag wir sehen uns morgen wieder bei Lies of Pi höchst wahrscheinlich bis der ich zeige euch noch wie viel Geld wir angenommen haben ok das ist ok aber jetzt ich wünsche euch was bis dahin Wirsing und Kohl passiert euch noch was? nein ok Wirsing und Kohl wirsing und Kohl